Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 Nuker World. Wir sind gerade dabei noch ein paar Nebenquests zu machen, bevor wir mit Jagdsaison anfangen, was im Prinzip nichts anderes ist als die komplette Nuker World von den Raidern zu befreien. Bevor wir allerdings diesen riesigen Krieg auslösen, werde ich mich noch einmal den ganzen einzigartigen Medaillons widmen, die man im gesamten Park sammeln kann. Und da bin ich auch mal gespannt drauf, ob wir dafür auch eine ziemlich einzigartige Belohnung kriegen werden. Ich meine, die Belohnung, die wir für die ganzen versteckten Korkis gefunden haben, war ja auch schon nicht ganz ohne. Auch wenn ich sagen muss, die Entscheidung, die mir die Quest ganz am Ende gestellt hat, die fand ich schon ein bisschen heftiger und da war mir eigentlich auch das Loot ehrlich gesagt egal. Da ging es mir einfach nur darum, okay, was ist jetzt eigentlich die beste Entscheidung. So, das erste Medaillon, das mir fehlt, befindet sich hier in dieser Vault-Tech-Einrichtung in der Galactic Zone und hier in der Ecke ist schon der Automat, an dem man das Medaillon bekommt. Zack. Ich habe noch nicht einmal daran gedacht, diese Automaten überhaupt zu benutzen. Irgendwann scheine ich einfach so einen Automaten benutzt zu haben und es direkt wieder vergessen zu haben, denn das Parkmedaillon in Nuka Galaxy... Ne, Quatsch, das habe ich jetzt gemacht. Äh, das... äh, genau. Ne, Vault-Tech im Sternenhimmel. Okay, tatsächlich. Also in Nuka Galaxy scheine ich bereits ein, ähm, Medaillon gesammelt zu haben. Habe ich nicht mitgekriegt. Und habe ich auch total vergessen, wieder. Naja, gut. Gut, wir widmen uns dann direkt auch dem nächsten Automaten. Ja, das nächste Medaillon ist eigentlich relativ einfach. Direkt vor der Welt der Erfrischungen sehen wir links von uns bereits den Automaten. Easy. Ab zum nächsten. Okay, das nächste Medaillon befindet sich beim Riesenrad im Südwesten des Kiddy Kingdoms. Einfach direkt drauf zulaufen und rechts davon befindet sich der Automat. Der nächste Automat befindet sich auch im Kiddy Kingdom, aber dieses Mal im Nordwesten bei den Nuka Racers. Äh, ne, hier nicht. Da, da ist er. Zack. So, damit fehlen uns noch, wie viele Medaillen? Äh, zwei Stück. Eins vom Baumhaus und eins vom Matt Mulligans Minenwagenfahrgeschäft. Okay, mit anderen Worten, eins ist noch in der Safari Zone, das andere ist in dem Dry Rock Gulch. Also dann. Okay, das Baumhaus in der Safari Zone, ähm, müssen wir... finden, indem wir uns durch das Labyrinth schlagen, aber ich hoffe mal, das wird nicht allzu schwierig. Gucken wir mal hier durch. Shit. Okay. Dann wieder zurück. Andere Richtung. Allzu schwer kann es ja nicht sein, oder? Hoffe ich zumindest. Ah, wir kommen näher, wir kommen näher. Jetzt sind wir ganz nah. Jetzt müssen wir doch eigentlich schon fast da sein, oder? Jawohl, ja. Sehr gut. Geht doch. Na denn, ab zu Corkis Baumhaus. Perfekt. Ich muss aber auch sagen, Corki hat verdammt viele Attraktionen hier im Park bekommen. Eine Bar, ein Baumhaus. Ich habe das Gefühl, im Vergleich zu Flaschi ist Corki deutlich beliebter und bevorzugter. Hier ist auf jeden Fall der Ort, an dem man die Medaille bekommt. Dann fehlt uns nur noch eine. So, das allerletzte Medaillon befindet sich in Matt Mulligans Minenwagen Achterbahn. Das ist ziemlich einfach, wenn man das bereits hinter sich gebracht hat. Man muss einfach nur durch die Tür gehen, die zuvor zugekettet war. Dreht sich nach links um und da in der Ecke zwischen Tresen und Tür befindet sich das schöne Medaillon. So, und damit können wir zu Nukatown USA zurückkehren und diesem komischen Flaschi-Roboter... Es ist immer noch unangenehm, alleine nur an ihn zu denken. Dem können wir jetzt die ganzen Medaillen geben und mal gucken, was unsere Belohnung dafür sein wird. Ich hoffe, es wird was Gutes. So, du gruseliger Roboter. Bitte gib mir was Gutes. Hallo, wenn Sie Fragen zu Nuka World haben, werde ich Sie mit Freude beantworten. Und nicht vergessen, für einen kompletten Satz Parkmedaillons erhalten Sie von mir eine besondere Belohnung. Wie wäre es, wenn du mich verdammt nochmal ansiehst, wenn ich mit dir rede? Aus irgendeinem Grund sind die Leute hier in dem Park verdammt respektlos und gucken mich nicht mal an. So, ähm, Parkmedaillons. Erzähl mir mehr über diese Parkmedaillons. Ist mir ein Vergnügen. Im Park befinden sich mehrere Automaten, an denen Sie spezielle Parkmedaillons erhalten. Sobald Sie einen kompletten Satz haben, bringen Sie sie mir, um eine besondere Belohnung zu erhalten. Ich habe alle. Ich habe einen kompletten Satz Parkmedaillons. Wirklich? Das ist ja Nuka-tastisch. Hier ist Ihre besondere Belohnung. Was möchten Sie sonst noch wissen? Ähm. Okay, was ist jetzt die besondere Belohnung? Hallo? Medaillon, Riesenrad entfernt. Okay. Nuka Galaxy. Ja toll, jetzt wird mir gesagt, die ganzen Medaillen wurden entfernt. Sagt mir was Neues. Jetzt sehe ich meine Belohnung gar nicht deswegen, oder was? Hallo? Ich will sehen, was ich verdammt nochmal von der gekriegt habe. Nuka-Cola Dark. Ähm. Nuka-Cola Grape. Okay. Nuka-Cola Quantum. Hat sie mir jetzt ernsthaft nur eine Nuka-Cola von jeder Sorte gegeben? Noch nicht mal von jeder Sorte. Nur drei Nuka-Colas. Richtig. Ach, danke dir. Na, das ist ja was ganz Besonderes. Hat sich ja total gelohnt. Erzähl mir von der Nuka-Cola-Kooperation. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 2044, als Softdrink-Pionier John Caleb Bradburton die Formel für seine Nuka-Cola erfand. Beim Verkaufsstart schlug das köstliche Getränk ein wie eine Bombe und wurde schnell zum Fehler. System die dem Fehlfunktion. Die Wahrheit über Nuka-Cola? Das giftige Reserv lässt einem die Zähne verfaulen. Aber ihr Idioten schluckt das Scheißzeug gleich flaschenweise. Alles System wiederhergestellt. Mit dem Erscheinen der neuesten Geschmacksrichtung. Nuka-Cola Quantum. Probieren Sie dieses eiskalte, erfrischende Getränk. Was möchten Sie sonst noch wissen? Ach, gar nichts. Voll unnötig. Ja, fuck you too. Ich weiß, du wurdest wahrscheinlich umprogrammiert, aber trotzdem ist es leicht, dich zu hassen. Just saying. Keine Sorge, ihr seid bald frei. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche anderen Quests hier gibt, die ich überhaupt machen kann. Ach ja stimmt, Kampf mit Moral. Habe ich total vergessen. Was soll ich, wo soll ich denn dafür hin? Ähm, sprich mit Fridge. Ich weiß gar nicht, was das für eine Quest sein soll, aber schauen wir mal. Die ist irgendwann random aus dem Nichts aufgeploppt. Keine Ahnung, worum es dabei gehen soll, aber ich schätze mal, ich werde darüber gleich aufgeklärt. In der Nuka-Cade. Das klingt ehrlich gesagt nach so einer Art Glücksspielladen. Ein kleines Casino. Wäre aber nicht ganz so geil in einem Freizeitpark, oder? Naja, die denken ja eh nur daran, Geld zu verdienen, von daher zuzutrauen wär's denen. Hallo. Du hast mich gesucht? Du hast doch den Alarm gehört, oder? Jemand hat die Feuerprobe betreten. Oh. Ziemlich zäh zu sein. Wie es weitergeht, hängt von dir ab. Du kannst ihn in der Arena stellen, oder ich sorge dafür, dass die kleine Ratte das Labyrinth nie verlassen wird. Okay. Ja gut, äh, wie kann ich kämpfen? Was ist, wenn ich kämpfen will? Schnapp dir deine Ausrüstung und geh zur Arena. Du hast freie Waffen und Rüstungswahl. Wir öffnen den Eingang zur Feuerprobe und lassen den Idioten rein, der uns in die Falle gegangen ist. Und dann wird gespielt. Und, wie sieht's aus, Boss? Zeigst du uns, was du drauf hast? Ah, meinetwegen. Ich hoffe nur, dass es einfach nur irgendein anderer Raider ist. Oh, Vorkriegsgeld entfernt. Okay, und was kriege ich dafür jetzt? Yooka-Kate-Marken. Yay! What the fuck ist das für eine Stimme? Hoho, hohoho! Das klingt wie so ein billiger Mickey-Maus-Verschnitt. Das hilft dem Ganzen nicht wirklich, diesen beiden Maskottchen. Die sind für mich immer noch scheiße gruselig. Ich glaube, das werde ich auch niemals aus dem Kopf kriegen. Na gut, dann werden wir mal uns um denjenigen kümmern, der jetzt die Feuerprobe scheinbar bis jetzt bestanden hat. Ich hoffe einfach nur, dass es irgendein Verbrecher ist. Irgendein mieses Schwein von einer Söldner-Truppe oder sonst irgendwas. Oder ein anderer Raider. Damit ich halt keine Skrupel habe. Ich sollte eigentlich jetzt direkt mit der Jagdsaison beginnen. Aber ich will nochmal gucken, was hinter dieser Quest überhaupt steckt. Mal gucken, wie gut ihr zusammenhält gegen einen einzelnen Gegner. Ich frage mich auch, ob die anderen Sklaven anfangen werden, aufmüpfig zu werden, sobald ich anfange, die ganzen Anführer zu erledigen. Also ich weiß überhaupt nicht, ob überhaupt alle Raider sich direkt gegen mich stellen werden, wenn ich einen Anführer erledige. Weil ich denke mal, da sie sich ja eh untereinander hassen, die drei Banden, werden die sogar geil finden, wenn ich einen Anführer erledige. Ich glaube, du solltest hier verschlimmen. Ernsthaft? Naja, stimmt. Ich habe ja den Unternehmern zu wenig Land gegeben und jetzt sind sie pisst. Besiege den Herausforderer. Was ist das denn für einer? Sabot. Okay. Wow. Der Kart hat sogar noch einen Stealth-Ball. Ist aber auf derselben Stelle stehen geblieben, der Idiot. Nicht-verrostete Blechdose. Ach komm, ich nehme alles von ihm. Oh, Gunner-Harnisch. Also das heißt, entweder er hat einen Gunner getötet oder er war einer. Hm. War ja jetzt auch unspektakulär, muss ich sagen. Na ja, gut. Ich glaube nicht, dass es hier noch großartig Nebenquests gibt. Ich werde noch einmal ganz kurz das Internet checken, ob es tatsächlich noch welche geben wird. Ansonsten würde ich sagen, werden wir uns direkt der Jagdsaison widmen. Und dann wird das eine riesengroße Jagd mit einer richtig fetten Beute. Das werde ich, glaube ich, mehr genießen als den Rest des DLCs. Alles klar, Leute. Ich habe das Internet noch einmal gecheckt und es gibt keine weiteren Nebenquests, soweit ich es gesehen habe. Von daher, wir können direkt zur Jagdsaison springen. Die Jagdsaison ist eröffnet und wir fangen als allererstes mit dem Rudel an. Ja, ich glaube kaum, dass ich den Anführer erledigen kann, ohne dass ich entdeckt bin. Ich werde es trotzdem mal versuchen, einen Ort zu finden, wo ich unentdeckt bin. Vielleicht gibt es den ja tatsächlich irgendwo hier. Ups. Hm. Nee, ich glaube, das kann ich vergessen. Also dann einmal nochmal schnell speichern davor. Und los geht's. Die Jagd. Du bist der erste Mason. Kritischer Treffer in your head. Holy shit. Holy shit. Oh Gott. Ich könnte ein Problem haben. Alter Vater, ey. Ich sehe ja gar nichts mehr vor lauter Kugeln, die mich hier treffen. Das gibt es ja gar nicht. Nochmal ein... Alter, Leute. Beruhigt euch doch. Scheer. Okay. Komischerweise... Ist tatsächlich jetzt direkt die Quest so aus mit Drausal abgeschlossen, beziehungsweise fehlgeschlagen. Buuuiuiuiuiuiuiui. Es war knapp. leute 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 ist ja echt schon ein bisschen krass man sieht gar nichts mehr vor lauter kugel hagelt noch einer okay ich sollte jetzt langsam anfangen wieder ein bisschen was an essen rein zu pfeifen was habe ich denn hier schönes gator clown steak her damit ich esse am besten direkt drei davon hallo das war es so ich schätze mal jetzt habe ich tatsächlich alle wirklich ausnahmslos alle raider im gesamten park gegen mich gehetzt mit dem angriff auf einen einzelnen anführer habe ich auch nicht mit gerechnet aber so ist es jetzt ja also dann ich werde hier erst einmal gucken was sich so alles einsammeln lässt auch den sklaven ist nichts passiert gott sei dank das ist gut was ich habe gerade da hinten einige schüsse gehört aber was ist passiert ich habe keine ahnung komm ich befreie die mal jetzt kann ich es ja tun ohne angst zu haben dass sie erschossen werden ich bin mir nicht ganz sicher ob diese halsbänder eventuell sogar so geschaltet sind dass wenn die leute einen gewissen bereich verlassen das ding dann instant hoch geht keine ahnung naja ich werde mich hier auf jeden fall noch einmal ganz genau umgucken nach beute und ja sobald ich fertig gesucht habe werde ich auf den marktplatz treten und da wird es wahrscheinlich noch einmal richtig heftig okay ich habe alles durchsucht und jetzt bin ich mal gespannt das wird draußen bestimmt die hölle los sein jeder einzelne raider wird jetzt auf mich ballern das ist schon ziemlich merkwürdig einerseits hassen die banden sich untereinander wie die pest aber wehe ich töte auch nur einen einzelnen von denen die anderen beiden banden scheinen dann auch sofort gegen mich zu sein leicht unlogisch um ehrlich zu sein weil im prinzip erleichtere ich sie dadurch doch nur um ihre konkurrenz was soll's ist mir ja auch egal ich will alle töten von daher ob die jetzt alle gegen mich sind oder später ist im prinzip auch jacke wie hose und genug zum heilen habe ich ja auch von daher das ist jetzt auch nicht weiter schlimm ich plündere die mal allesamt hol mir ihren shit erwischt noch mal so ein freudenschlag in die luft ups was war das denn ach hat sie ist der roboter jetzt etwa auch mein feind wird mich auch nicht großartig stören erst mal gucken gator clown steak her damit ne der sind der ist cool ich befreie euch alle der kerl scheint sich ja offensichtlich zu freuen das interessiert überhaupt nicht dass hier im krieg los gebrochen ist begonnen kampf ohne moral schon wieder kann ich den überhaupt noch schenk da ist der der mich gezwungen hat ins kamen aufzugehen so noch mal heilen am besten noch einmal radio benutzen damit ich auch wirklich voller energie habe kriege ich seinen kopf jetzt schon mit dem kürtischen treffer zack habe ich ihm den kopf aus dem käfig raus geschossen meine fresse die möglichkeiten von fallout 4 sind endlos selbst wenn sie physikalisch vollkommen unmöglich sind man hier in dem spiel kann man es trotzdem das spiel interessiert sich doch nicht für irgendwelche physikalischen regeln im moment unternehmerbrustteil das nehme ich mir doch mal mit unternehmerzeug her damit sehr gut ach von dem rudel habe ich glaube ich so ziemlich alles vom rudel habe ich mir jetzt im übrigen auch eines dieser sturmgewehre mitgenommen leute wo ist die leiche hin mann du hast die leiche weggesprengt sack gesicht jünger automatisches gewehr her damit von den jüngern habe ich noch nicht allzu viel wieso hat einer der hat jetzt jünger zeug und rudel zeug warum konntest du dich nicht entscheiden oder was so und headshot jawohl es kümmert mich jetzt auch nicht wirklich deckung zu nehmen aus dem ganz einfachen grund ich habe genug zum heilen mehr als genug also warum sollte ich in deckung gehen jünger kapuzen aber sind vielleicht auch verschiedene sonst wären die ja zusammengepackt worden habe ich hier noch irgendwas unternehmer jünger radar rüstung harnisch den brauche ich gar nicht tarnmuster halstuch brauche ich nicht das ganze rudel zeug jünger zeug bunte dunkelgrüne unterhose brauche ich auch nicht kann ich jetzt loslegen ja kann ich erwischt so ich werde jetzt einfach nur die ganze munition von den leuten einsammeln mehr nicht irgendeiner läuft hier noch rum aha haha noch erwischt bevor er in deckung gehen konnte so wo ist noch mal der unterschlupf der unternehmer hier irgendwo oder warum schieße ich überhaupt ich kann auch die granaten benutzen lauf mal ruhig weiter in die richtung hat sie nur ganz knapp erwischt das gibt es ja gar nicht ey wie die immer den granaten ausweichen ich meine klar die hat ja auch genug zeit um denen auszuweichen aber trotzdem könnt ihr raider nicht ein bisschen blöder sein so wie ihr es auch normalerweise seid ihr seid mir hier viel zu schlau und organisiert hallo so spellegranate stimpack scheiß raider was haben wir denn hier nix besonderes ok ich glaube hier drinnen ja ist der unternehmer unter schlupf the parlor also dann und ich glaube unser begleiter für dieses dlc wird sich jetzt auch gegen uns gewandt haben aber ist mir ehrlich gesagt auch scheiß egal ich habe im übrigen auch noch ein paar quests von den raider anführern ausprobiert die sie mir geben konnten und ja das ist eigentlich eigentlich kann man sich mit diesen quests genauso schnell dann den ruf den man sich so mühevoll im commonwealth verdient hat kaputt machen mit ein paar quests ist man total schnell in der lage sich alles kaputt zu machen uiuiuiuiuiui da bin ich wieder zu übermütig geworden man ist so leicht in der lage sich den kompletten ruf aus dem haupt den man sich im hauptspiel aufgebaut hat komplett kaputt zu machen was für eine schande auch die anführer habe ich noch gar nicht das war knapp so die ich habe vergessen wie viel schaden die machen können ok gator steak akazellen steaks sind das mist habe ich die falschen reingehauen na egal ach hast du jetzt ernst auf den spinpack reingehauen naja bringt ja nichts mehr parlor garderobe schlüssel sehr gut schall gedämpft unternehmer schweres unternehmer zeug bla 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 hat nichts besonderes dabei sie hat auch den schlüssel zack splittergranate mirv doch immer das sein soll ich kenne die mirv granaten glaube ich noch aus borderlands aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher was die da noch mal gemacht haben ob die in der lage waren einen zu heilen bezweifle ich mal ganz stark ich glaube kaum dass solch eine technologie hier möglich ist ich meine ich würde mich freuen wenn solch eine technologie möglich wäre aber ich bezweifle jetzt mal ganz stark so das waren alle hier drinnen wunderbar dann ab nach draußen ich frage mich wo diese wissenschaftlerin gewesen ist die für die unternehmer gearbeitet hat kann es sein dass die jetzt wo die unternehmer nicht mehr sind auch auf meiner seite ist und eigentlich gar nicht mehr für die raider arbeiten will die war wahrscheinlich insgesamt ins geheim auch dafür die raider kalt zu machen ich meine die hätte sogar auch so ein bombenhalsband gehabt oder ich meine schon naja gut so das wären zwei der drei banden dann fehlt nur noch eine einzige bande nämlich das rudel wenn ich mich richtig quatsch das gut habe ich erledigt wer ist das letzte dann nochmal die jünger genau die jünger hallo surprise mother fucker ja euer overboss war doch nicht so toll wie ihr dachtet bis zu einem gewissen punkt habe ich beim spiel mitgemacht aber jetzt reicht es jetzt ist bei mir auch das maß endgültig voll fuck you all ach da ist gage sorry alter die wahl deine wahl des neuen overbosses ist voll nach hinten losgegangen oh gages rüstung na toll natürlich ist die scheiße schwer oh gott ist die schwer na toll ich werde mal eben ein paar sachen wegschmeißen moment leute alles klar weiter geht's das fühlt sich echt verdammt gut an diese ganzen drecksäcke endlich zu erledigen all das zeug das sie mich haben machen lassen wollen zum kotzen ernsthaft ich habe ein paar dieser quests ausprobiert die ich für die anführe hätte erledigen können die schickt mich im prinzip ins ödland um leute zu versklaven also wirklich die die leute niederzuschießen oder sie irgendwo oder dafür zu sorgen dass sie einem irgendwo hin folgen wo einen keiner mehr sieht und dort legt man denen dann dieses bombenhalsband an und sie sind gezwungen zu den raidern in yuka world zu gehen und für sie zu arbeiten was für wichser und damit nicht genug was konnte man noch alles für die machen ach ja einfach generell auftragsmorde was an sich auch was nicht nur an sich blöd ist sondern wenn diese quests auch noch in irgendwelchen städten alter jetzt dass ich endlich treffen schlampe wenn man diese quests auch noch in einer der großen städte in dem kann man was machen muss dann kann es sehr gut sein dass sich die komplette stand statt gegen dich wendet und dich angreift und du bist nicht mehr in der lage diese stadt zu besuchen ohne jeden einzelnen bewohner umzubringen also auf diese weise durch dieses letzte dlc ist man quasi in der lage komplett alles kaputt zu machen was man sich im hauptspiel aufgebaut hat wenn man denn gut gespielt hat das ist eben auch eine der voraussetzungen aber ja ihr wisst ja ich bin einer der immer gut spielt und deswegen das geht für mich gar nicht so gebratene blutwürmer werde ich jetzt auch allesamt mir reinhauen kommen ein raid away habe ich mir auch rein auch wenn ich glaube ich sowieso keinen strahlungs schaden gehabt habe trotzdem versteckt sie sich dahinter die steckt wahrscheinlich fest herzlichen glückwunsch so ernsthaft es fühlt sich gut an es fühlt sich einfach nur gut an die selber kriegen nichts auf die reihe stattdessen muss ich hier die ganze drecksarbeit erledigen ist klar die wissen wahrscheinlich ganz genau dass ich diese ganzen guten beziehungen im ötland habe und die wollen dass ich das alles aufs spiel setzte ja die sagen natürlich ja entweder die oder wir als ob ich mich jemals für euch entscheiden würde wo ich doch so lange im ötland für die gearbeitet habe für die anderen und mir all das aufgebaut habe glaubt ihr ich würde all das aufs spiel setzen nur damit ich irgendwelche geilen sachen von euch kriege ein zwei tolle fähigkeiten die ich bekommen könnte von euch das ist mir sowas von scheißegal ich verzichte da gerne drauf scheiß auf alle raider ich kann es nicht oft genug sagen ich weiß ich wiederhole mich jetzt ziemlich oft aber das kann auch nicht oft genug gesagt werden ok noch einmal red scorpion steaks ok ich sammle schön alle munitionen ein ist hinter mir einer über mir ok soll ich mal so langsam michael bay rausholen ja mit michael bay habe ich auch noch über 1000 schuss das kann ich ruhig benutzen das gute mega geschütz meine beste waffe hallo savoy jünger enter messer das nehme ich mir auf jeden fall mit hallo das ging mir ein bisschen zu schnell wow alter leute die gehen ja jetzt richtig ab ok ich sollte trotzdem eins den tag benutzen weil ich ansonsten nicht mehr in der lage bin ordentlich zu sehen hallo dixie auf wiedersehn dixie auch da ist ja schon die anführerin nisha michael bay direkt in den kopf in your head in your head so damit werden alle anführer von allen raiderbanden endgültig erledigt nishas holoband her damit gucke ich mir gerne gleich an wobei wozu zeit verschwenden da nishas holoband hören wir uns das doch mal direkt an jetzt bin ich mal gespannt oh einträge ok sledge ist tot ich war gar nicht so schwierig wie ich gedacht hatte nachdem er mich als kind aufgenommen großgezogen und ausgebildet hat wäre ich davon ausgegangen dass ich zumindest ein bisschen gezögert hätte aber er war dafür verantwortlich dass meine eltern aus versehen getötet wurden und dann hat er den verheerenden fehler gemacht mich zu zurückzulassen der mistkerl dachte wahrscheinlich dass ich so gut wie tot wäre aber diesen feiglingen nach der ganzen zeit die ich an seiner seite gestanden hatte weglaufen und den schwanz einziehen zu sehen sorgte dafür dass alle loyalität und jeglicher respekt für ihn verschwanden das beste war sein gesichtsausdruck als ich zurückkam ich weiß immer noch nicht wie ich entkommen konnte aber bei dem ganzen blut mit dem ich verschmiert war war es für mich war es für meine feinde bestimmt nicht besonders angenehm danach erkannte ich wie viel ich von dem was er gesagt hatte absoluter unsinn war ich gab ihm mindestens einen monat um mir zuzuhören was mir im rückblick ziemlich gnädig erscheint aber jetzt ist es vorbei leute dieser part ist schon wieder voll lang geworden ich habe mich wieder total darin verloren das kommt davon wenn ich niemals einen timer setze aber wenn ich halt irgendwelche collectors sachen mache also irgendwelche sammelbaren gegenstände sammle und deswegen immer wieder die aufnahme starten und wieder abbrechen muss dann setze ich mir eigentlich nie einen wecker lohnt sich einfach nicht naja gut leute ich beende dann den part an dieser stelle vielen dank fürs zusehen wie immer und ich sehe euch hoffentlich zum nächsten part von fallout 4 in nuka world wo wir denke ich mal ja den rest von nischas einträgen lesen werden und dann gucken wir mal was ich jetzt so für uns für möglichkeiten ergeben werden nachdem wir die ganzen radar anführer erledigt haben also dann leute bis zum nächsten mal tschau tschau bis zum nächsten mal tschau bis zum nächsten mal tschau bis zum nächsten mal tschau